Okay, und ne, Schwenke auf Daniel zuerst. Kann doch mal jemand ihm sagen, was er mit der Scheiße machen muss? Ja, Moment doch mal. Du musst gleich den Hebel umziehen, sobald's Klick macht. Okay? Und du musst, nachdem's Klick gemacht hat, musst du draufdrücken, dass ich's hinter mir spüre. Ja, sorry. Bin ich im Weg? Ne. Daniel, raise the gun and point at me. Okay. Kannst du auch mal rüberschwenken von der Kanone und der Kamera? Ecker. Ja. Daniel ist eine Frau mit Kinderwagen. Das ist schlimm, in ihrem Hintergrund zu sehen. Okay, jetzt, Carsten, geh mal auf mich und schwenk mal rüber. One, two, three, aim, fire! Martin? Filme mal weiter. Robby, kannst du hinter mir noch ein bisschen gut sprühen? Und Carsten, mach bitte noch mal deine Nerven auf. Ja, genau, ins Gesicht rein damit. Schön rein damit. Immer nachher mit der Bude. Reiß, reiß, reiß. Fahr die Kamera. Los, macht was schwer, wenn ich die Kamera wegmachen kann. Kostet eigentlich schon. Gut, danke. Gut, danke.